Bitte nicht! Das Schmier! Rachel! Nein, Rachel, nein, nein! Bitte nicht sie! Rachel, warum? Das nehme ich mal an. Rachel, warum? Entschuldigung, Chloe. Ich bin sehr entschuldig. Ich liebte sie so viel. Wie kann sie tot sein? Welche Welt macht das? Wer macht das? Okay, okay. Aber was hast du erwartet? Natürlich ist sie tot. Die fehlt seit wieviel Tagen? Wäre irgendwie gut, wenn wir jetzt die Polizei rufen würden. Langsam. Aber ich fürchte wir werden das nicht tun. Ich nehme an, das war das Ende von Episode 4. Hey, schau, da ist das Reh wieder. Als Geist. Düdlüdl, düdl, 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 düdl. Grausam. Echt, echt grausam. Ich weiß nicht, konnten wir irgendwas dagegen tun, dass das passiert? Ich glaube nicht, oder? Die ganze Folge wird quasi eine riesige lange Filmsequenz sein. Nehme ich mal an. Wir müssen jetzt Viktoria retten. Die zickige... Ich hoffe, Nathan erinnert seine letzte Party. Chloe... Wir können direkt zu den Schäden gehen. Wir haben die Probe. F*** die Polizei. Rachel wollte uns, sie zu finden. So können wir reale Justiz bekommen. Aber... Die Prescotts haben das vor 100 Jahren gemacht. Und niemand wird in meinen Weg. Besonders mit deiner Hilfe. Genau? Ich bin mit dir zum Ende, Chloe. Du gehst da. Warum? Warum gehen wir nicht bitte zur Polizei? Wir haben eine Leiche gefunden. Wir haben einen Punkt gefunden, in dem alles drinnen ist. Was wir brauchen. Nein, wir schießen jetzt Leute. Das ist sehr amerikanisch. Hm. Oh, Sch***. Das ist wie das Eclipse. Du bist richtig. Schau an die Auslinie. Ich kann nicht wissen, ob sie anders sind. Was ist das? Jesus, Chloe, schau mal auf den Schatten. Schön. Ich schaffe mich nicht. Der Welt ist zu Ende. Cool. Du nicht hörst. Was ist großartig. Das stimmt. Nathan Prescott ist zu Ende. Das stimmt. Nathan Prescott ist zu Ende. Das stimmt. Das stimmt. Du siehst wirklich gut, Warren. Du bist gut, heute Abend? Ich bin froh, dass du mich aufhörst. Nathan ist gefährlich. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn wieder in der Dorme gesehen. Ich war in meinem Zimmer. Mann. Du trinkst. Nein. Wenn du eine halbe Bier betrinkst. Los geht's, Max. Hey, hey. Ich weiß, dass das ein schlechtes Moment ist, aber... Ich kann eine Bilder bekommen? Ich fühle mich, dass das eigentlich das Ende des Welt ist. Also... Ich will etwas für die Freiheit. Na, ich bin nicht schuldig, Warren. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich habe eine Schmerzen. Ich habe nur eine Bildung. Uh... Aktion. Wir haben keine Zeit für diese Scheiße. Kommt, Max. Entschuldigung. Ich wollte nur, wie ein normaler Studenten, nach dieser Woche die Ultraschallung. Ich habe noch nie jemanden wie das, bevor. Ich war immer derjenige, die meine Arschlöcher zu haben. Hey. Wir brauchen noch deinen Experten. Wir brauchen deine Hilfe. Wenn du Nathan sehen möchtest, texte mich sofort, ok? Und lass ihn nicht sehen. Er wird nicht. Ich weiß, wie hier in der Nähe zu sein. Nicht für mich, Warren. Texte schnell. Okay. Ich würde sagen, das war jetzt das Ende von Episode 4. Oder? Oh, doch nicht. Schöne was an. Hi. Kann ich deinen Faden oder was? Hmm. Nein. Ich habe keine Tabletten mit Katzen. Okay, Chloe. Wo in die Hölle bist du? Ich liebe dich, all diese Kleine zu bemerken. Es ist ziemlich schnell. Und einige der Vortex-Klubben immer gibt mir immer eine Attitude. Stella. Das ist das, was sie hier sind. Hmm. Kann mit einzelnen Leuten reden. Hinterm Vorhang verschwinden. Mm-hmm. Hey, Max. Willkommen zum Ende des Weltes. Willst du mich in ein paar Sachen schauen? Oh, nein, danke, Stella. Hast du noch Nathan gesehen? Nein, danke Gott. Dieser Junge creeps mich aus. Wait. Some girl just asked about Nathan before you came in. Why does Nathan creep you out? He should. I-I just want your reasons. He's a bully for one thing and he hit Warren for another. But have you ever looked at his eyes? Glazed and raging. Me no like. So why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Who hired you? Mr. Jefferson asked me because he knows I don't have a lot of money even with my job and scholarship. Okay. Jefferson. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out you're winning again. Thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? Uh, no. I'm actually not okay. I... I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck. Okay. Okay. Also, rein mit uns. Was? I love this song! Oh! I'm so wasted! Okay. Okay. Parties in America funktionieren offensichtlich nur mit Pools. Marsha! Marsha! Party! Where's the alcohol? Yeah! Woohoo! Okay. We need to find Nathan and take him down. Mm-hmm! Oh! Dafür sind die Polisisten da! Ach, Gott! Warum rede ich überhaupt hier? Dinge, die man nicht alleine machen sollte. Psychopathic Mörder helfen nachlaufen. Zum Beispiel. No running allowed. Na gut, dann laufen wir halt nicht, dann gehen wir halt nur. Okay, hier komme ich Ich gehe jetzt nirgends durch Ich hoffe, wir können nicht ins Wasser fallen Ich habe nämlich keine Badesachen dabei Irgendwie wenig Leute hier Ist sie mad? Warren asked me out Und was ist der Punkt dieser Party genau? Hallo, Brooke Max, ich habe nicht erwartet, dass du in einem Vortex Club Ich habe nicht erwartet, aber ich muss wirklich finden, Nathan Hast du... Nein, ich habe ihn nicht gesehen Und ich bin nicht für ihn, also ich wahrscheinlich nicht heute Ich habe einfach diesen Schraub Und seine Klub Sagen das Kinder wirklich zueinander? Ich habe ihn nicht erwartet, aber ich glaube, dass der Schnee und Eclips hat dir die Superpowers Check, um zu sehen, ob du kann fliehen Mh-Hm Only mit dem Drone Man muss ja auch noch über die Superkräfte fragen Können wir das Gespräch Können wir das Gespräch Rewinden Nein, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn gesehen, und ich bin nicht für ihn, also ich wahrscheinlich... Du bist nicht der einzige Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn nicht zu sehen, dass ich mich mehr interessiere Mh-Hm Hast du Warren heute Nacht gesehen? Warum? Brooke, genug! Ich bin sorry, Warren... Ich weiß, ich werde salzieren... Ja, ja Ja, kennen wir schon Mh-Hm Frag sie mal nach den Superkräften Ja, ja, ok Passt Nein, nein, ich will nicht... Ach Gott Ich will nicht re-finden Hey, Getränke Energydrinks, Soda, Energydrinks Ich weiß, dass jemand den Buss hat Hm, was heißt Alkohol? Drogen Äh, nein, gut, Alkohol ist Drogen, also so gesehen There's Courtney drinking alone Without Taylor or Victoria I wonder why Vielleicht solltest du sie fragen, aber bei ihr steht ja leider nicht dabei, dass du mit ihr sprechen kannst Wieso kann ich nicht mit ihr sprechen? Wahrscheinlich weiß keiner Meinst du? Mit dem können wir sprechen Schooldeis Luke, ich habe fast nicht gesehen Max, du bist die einzige Person, die ich jetzt nicht meint, zu sehen Ich war nach Nathan Ich habe fast nicht alle hier heute Abend Uh, warum bist du für Nathan? Ich will sicher, dass er nicht... ...do nichts heute Abend Wie, was passiert mit Kate Ich habe dreams, dass jemand endlich kiegt seine Hände einen Tag Luke, manchmal dreams kommen Heute gesehen, Warren geben Nathan einen riesigen Hände Ja, gib es für Bruder Warren Jetzt müssen wir alle diese Prescott-Vampires aus der Stadt Hmm, hmmm. No one seems to know where Nathan is. Is he hiding or something? Das sind lauter. Okay. Okay. Können wir raushelfen? Nein. No way, are you kidding me? Oh shit! Alyssa, are you okay? Yes, I just got tagged by a waterweenie and fell in the pool. Cool, I'm great. I guess I can't expect you to warn me like you did last time. No, I can't expect you to warn me. That's right. I can't expect you to warn me like you did last time. Nicht jetzt? Das war's. Ja, ich bin auch beeindruckt, dass sie da ist. Wir fragen nach Nathan, weil... Dann können wir noch andere Sachen mit ihr besprechen. Ich bin zurück. Du hast mich für einen Sack schraubt. Ich war bereit, zu schlafen. Ich dachte nicht, dass du zurückkriegst. Schau an das. Ich bin bei meiner ersten und einzige Vortex Club Party. Ich weiß. Diese Woche war so schade, dass ich nur ein paar Leute mit einem guten Zeitraum zu sein wollte. Auch wenn ich die meisten von ihnen liebe. So viele Typen wie wir hier... Ich weiß. Ich bin nur gekommen, weil Warren gekommen ist. Und ich brauchte etwas anderes. Diese Party ist so eine Karte für Kate's spirit. Ich weiß, dass die Video wurde verabschiedet. Ich hoffe, dass die Video wurde verabschiedet. Ich hoffe, dass niemand es sonst woanders. Ist das naiviert? Schau an, wie schnell die Leute hier vergessen haben über Kate. Sie finden einen neuen Blackwell-Drama und vergessen sie über ihre Video. So geht's. Also... Keine Wahrheit. Ähm... Aber... Ich muss jetzt eigentlich gehen. Ich spreche mit dir später, Alyssa. Danke wieder, Max. Jetzt kann ich diese verdammten Party genießen. Wer ist das? Keine Ahnung. Hm... Da ist ein Türsteher für den VIP-Bereich. Und ein Mädchen. Das wir uns anziehen können. Warum ist Courtney nicht die Liste für die VIP-Sektion? Entschuldigung, aber ich gehe in. Entschuldigung, aber das ist die VIP-Sektion. Mitglieder nur. Okay? Entschuldigung, aber ich bin auf der Liste. Okay? Ich weiß, dass Max Caulfield nicht auf der Liste für den Vortex-Club ist. Mal versuchen. Entschuldigung! Nein! Du hörst! Courtney sollte der VIP-Sektion sein, nicht ich. Also bitte gehen! Ich muss einen Weg finden, um diesen Bullshit-Club zu entkommen.